Streit über Klinikreform Woidke entlässt Ministerin Merkel besorgt über Trump und Bosch will 3.800 Stellen in Deutschland streichen Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 22. November Am Tag der Entscheidung über die Krankenhausreform im Bundesrat hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher entlassen Sie sei von ihren Amtsgeschäften entbunden, teilte die Staatskanzlei mit Ich danke Ursula Nonnemacher für ihren engagierten Einsatz für das Land Brandenburg Sie war eine sehr gute und erfolgreiche Sozial- und Gesundheitsministerin Sie hatte mit ihrer Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode einen großen Anteil daran, dass unser Land die Corona-Krise und auch die Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest gut bewältigt hat Auch im sozialen Bereich hat sie bei der Bekämpfung von Armut, bei der Umsetzung des Paks für die Pflege und bei der Unterstützung unserer Krankenhäuser wichtige Akzente gesetzt, die große Anerkennung verdienen Ich wünsche Ursula Nonnemacher für die Zukunft alles Gute Wenn jemand in der Politik keine Win-Win-Situationen zulässt, sondern immer nur Sieger und Verlierer kennt, dann ist das eine sehr schwierige Aufgabe für den Multilateralismus, sagte Merkel dem Spiegel über Trump Dieses gegenseitige Übertrumpfen halte sie nicht für eine politische Tugend und sei nicht ihr Stil gewesen Darüber, dass nicht die Demokratin Kamala Harris die US-Wahl gewonnen habe, empfinde sie Trauer Ich hätte es mir anders gewünscht Der Bundesrat hat den Weg für die umstrittene Krankenhausreform frei gemacht Die Länderkammer ließ das noch von der Ampelkoalition im Bundestag beschlossene Gesetz für eine Neuordnung der Kliniken passieren Die Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll den finanziellen Druck auf die Kliniken mindern und eine stärkere Spezialisierung bei komplizierteren Behandlungen durchsetzen Dafür soll die Vergütung mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden Anke Rehlinger hat in einer Rede im Bundesrat den Zusammenhalt der Länder beschwört Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen Das Saarland hat die Ehre zum sechsten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die Bundesratspräsidentschaft übernehmen zu dürfen Mich erfüllt das mit Freude und Stolz Ich möchte die Interessen der Länder kraftvoll vertreten und die Gemeinschaft der Länder nach innen stärken Ich bin überzeugt, dass ich dabei auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen bauen kann Und ich danke Ihnen allen gerade angesichts der besonderen Umstände schon jetzt sehr herzlich dafür Es braucht den Bundesrat Auch und gerade in der aktuellen Situation Der Bundesrat beweist immer wieder, dass die Länder in der Lage sind, Gemeinsamkeiten zu finden Statt Unterschiede zu suchen Der Bundesrat hat seine Sternstunden, wenn es uns gelingt, das große Ganze im Blick zu haben Diese Balance ist die Stärke unseres Föderalismus Hüten wir uns also alle miteinander vor der Versuchung, unsere Länderinteressen parteipolitisch einzufärben Ziehen wir an einem Strang für die Zukunft des gesamten Landes Mehreren übereinstimmenden Medien zufolge will Bosch 3.800 Stellen in Deutschland streichen Ein schwarzer Tag für die Mitarbeiter von Bosch Diese Hiobsbotschaft tut mir in der Seele weh Die Wirtschaftsschwäche und politischen Fehlentscheidungen der letzten zehn Jahren wirken sich nun brutal aus Wir brauchen eine Kurskorrektur, das teilte Linken auf uns mit Die deutschen Exporte in die Staaten außerhalb der Europäischen Union sind im Oktober 2024 gegenüber September 2024 Kalender- und Saisonbereinigt um 6,9% gesunken Wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, wurden im Oktober 2024 Kalender- und Saisonbereinigt waren im Wert von 55,1 Milliarden Euro dorthin exportiert Im September 2024 sind in Deutschland rund 35.700 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 9% oder 3.400 Verletzte weniger als im Vorjahresmonat Die Polizei registrierte im September 2024 insgesamt 213.300 Straßenverkehrsunfälle und damit 3% weniger als im Vorjahresmonat Und nun zum Wetter In der Nacht zum Samstag ist mit Schneefall zu rechnen bei einer Tiefstemperatur von 0 Grad Am Samstag ist der Himmel den ganzen Tag über bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 4 Grad Der Sonntag zeigt sich größtenteils regnerisch bei einer Höchsttemperatur von 10 Grad Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend